Als nächstes schauen wir uns unseren Sandback Clean an wieder. Diesmal wollen wir den Sandback aber auf eine Box rauf hieven. Das heißt, die Box sollte ungefähr so hoch sein, dass sie ungefähr auf Höhe unseres Brustkorbes ist. Wir werden wieder unseren Sandstack läppen, stellen uns nahe zur Box ran, schießen ihn rauf und lassen ihn gleich drauf fallen. Der Unterschied zu einem normalen Sandback Clean oder zu einem Sandback Clean Over Yoke ist, wir können deutlich schweres Gewicht bewegen jetzt, weil wir den Sandstack ja nicht mehr frontracken müssen, sondern ihn einfach nur rauf schießen und irgendwo rauf legen, was uns ermöglicht, aus unserer normalen Position den Sandstack abzulegen.